Stehbleiben! Sie haben keine Chance, guter Mann. Hallihallo, ein kleiner Überfall hier. Bitte einmal aussteigen. Was heißt, du sollst deinen Arsch aus der Karre bewegen, nur Lutscher? Dies ist ein Überfall. Der soll uns die Autoschlüssel geben. Der soll uns die Autoschlüssel geben. Der soll uns die Autoschlüssel geben. Geben uns die Autoschlüssel. Geben uns den Schlüssel, Boss. Ich repariere den. Gib einem von uns den Autoschlüssel. Und dann suchst einen aus, außer David Stern. Wir müssen jetzt einen Schlüssel haben. Der Sauer wird noch viertel Stunde neu gestellt. Neuuu. Oh, ne, ne? Ja, dann scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt den Kavala und machen da richtig Terror. Mit dem Scheiß. Ja, hab ich dem doch den Ding repariert, weil wir so nett sind. Yay, Pete's Meat überfällt mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, okay. Ab nach Kavala. Wir wünschen dir noch eine schöne Wanderung zurück in die Stadt. Ist ja geil. Ab nach Kavala. Guck mal, da ist einer. So. Anhalten. Oh, sorry. Hoch. Joll. Wo bist du denn da gerade reingefahren? In Quads. Da kam ein Quad entgegen. Du bist da einfach reingefahren. Oh Mann ey. In einer Viertelstunde ist eh wieder alles gelöscht. Also passt das schon. In einer Viertelstunde können wir uns wahrscheinlich noch versuchen. Vor allen Dingen nach dem, was wir jetzt wahrscheinlich noch machen werden. Ja, eben. Na, guck mal, da ist einer. Nein. Alter, ich kriege den Faden. Ich kriege den Faden. Was tut ihr da? Boah. Was habt ihr gemacht? Raus. 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 Was habt ihr gemacht? Ich komme. Ich bin dran. Ich habe ihn abgeknallt. Ich komme mit maximaler Geschwindigkeit. Ich komme mit maximaler Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht, der wollte abhauen. Nicht auf die Straße laufen. Wir können alle hinten rein, glaube ich. Wir können alle hinten rein. Das passt. Verdammt. Warum? Was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr denn gemacht? Ich habe den perfekt bei der Straße gedrängt. Also wenn ich jetzt noch ein kleiner Wagen vorbeikomme, guck ich wer der Stärkere der Straße ist. Oh Gott. Ich muss ja schon sagen, wir sind schon hammerharte Arschlöcher. Ja, das ist aber nicht mal schuld. Das ist jetzt ein Arschloch Ende, aber mein Gott. Yala Yala in Kavala. So, jetzt geht los. Wir können das ja RP-mäßig verpacken wollen. Wir wollen Kavala übernehmen. Okay. Boah, Peter, das finde ich aber bemerkenswert, dass du bei sowas jetzt auch mitmachst. Normalerweise bist du doch immer gegen so ein random Kram und gegen Spielverderb. Wenn wir jetzt Kavala übernehmen wollen, ist das doch RP. Die haben uns den Spaß verdorben. Die haben den Server neu startet, da in einer Viertelstunde. Wir machen das jetzt. Wir machen jetzt im Auto platzen und sagen, die sollen sich alle hinlegen. An dem Autohin, da dürfen wir doch gar nicht. Das stimmt. Oh, das dürfen wir nicht. Wir dürfen sowieso keine Leute abschießen. Ich wollte gerade sagen, dürfen wir sowieso nicht, ey. Eigentlich werden wir sowieso gebannt werden. Egal für das, was wir machen. Halt hier an. Halt hier an. Ich stehe, ich stehe. Wir werden so angeflamed werden. Aussteigen, go, go. Die ist eine Übernahme von Kavala. Alle auf dem Boden, Jungs. Jetzt geht hier richtig die Party ab. Party ab. Alter, Alter, ich wurde wirklich angeschossen. Regie... Oh mein Gott, der Regie ist voll. Der Rumpen, ey. Der hat sich... Alter, ist das am Ruckeln. Die Polizei geht hier schon voll ab. Alter, ich bin festgenommen. Alter. Der hat mich direkt festgenommen. Ich bin auch festgenommen. Ich bin am Autohändler. Tötet den bei mir beim Autohändler direkt. Der versteckt sich hinter so einem Ding. Der versteckt sich aber hinter euch. Hinter euch. Der schießt doch. Aua. Aua. Da kommt einer. Da hab ich überfahren, Alter. Der ist kein Schaden. Der Lieutenant Urs überfährt einen. Der sitzt halt im LKW. Alter, ich krieg richtig einen auf die Schnauze. Ich brauch auch noch Hilfe hier. Hallo, Hilfe. Wir haben ja keine Passanten erschossen, ne? What the fuck? Also, ich hab nur Bullen erschossen. Kavala gehört uns, Junge. Da läuft wieder einer. Ordnungsamt. Ich hab den wieder abgeschnallt. Ja, hier ist Kavala. Geht da mit dir ab? Ich bin gefangen. Ich bin festgenommen. Ich bin auch gefangen. Ich stehe hier nur rum, ey. So ne Scheiße. Hast du jetzt grad einen umgenockt? Ab ins TeamSpeak. Bitte warte im Zimmer. Ja, dann können wir mich mal am Arschlecken. So. Ey, jetzt ist doch mal an, hier. Aus, Junge. Du war da der Starbreaker. So, sehr gut. Was machen wir jetzt? Okay, ich würde sagen, das warte, oder was? Ja. Kannst doch mal an, hier. Mal durch die Gegend ballern, wenn du willst. Nein, okay. Und nicht umballern. Hast du einen abgeknallt? Ja. Und nicht umwarte, wir wollen mich nicht mehr auf. Nein, vielleicht auch nicht mehr auf. Nein, vielleicht oder nicht? kingwie ein wie es damit geht! Weil ich noch einmal so ein sch siguem Tag an удобischить. Es macht mich noch eine 재밌 pue. Schnell Boulevard. Oh, es concrete für mich. Was vom Bumper auf Oxrations server. Und dann hab ich mich wieder auf.